Huuuuhh. Na, auch grenzwertig. Auch grenzwertig. Das war okay. Dass man immer und immer wieder auf den Bären steigen muss. Das stimmt, das hätte man echt angenehmer lösen können. Einfach die Zeit... ...mit den Bären einsammeln und dann halt... ...direkt auf den Bären starten. Ah, jetzt haben wir sie gekriegt. Ah, die Dreierkiste aber nicht. Ah ja. Na, okay. Das nehme ich mal hin. Ah. 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 Ich hab eigentlich gehofft, dass wir heute mindestens ein Spiel durchkriegen. Also entweder Tony Hawk... ...ich weiß gar nicht, wie weit wir da sind. Oder Geruhm. Und wie gesagt... ...um 9 Uhr ist Schicht im Schacht. Ja. 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 Nehmen wir halt nur die oberste Kiste mit. Dafür die Dreierkiste aber. Ok. Hahaha. Einmal. Ja. Maar... ...mach. beingeline. ...mach... Ma. ...mach. Das muss man aber auch wissen, dass da noch ein langer Spalt kommt. Ich glaube, ich mache echt nur noch hier das Level. Das war ein Fehler. Vielleicht packt mich auch gleich nochmal der Ehrgeiz. Wenn ich sowas sehe, dass die Eisscholle da halb in dem Ding drin ist. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das ist deutlich einfacher. Aber das sagst du jetzt und du hast mich das noch nicht auf Zeitspielen sehen. Ja, da war ich gerade selbst dran schuld. Da war ich selbst dran schuld. Das geht hier nicht. Ich will das jetzt aber auch hier schaffen, weil das ist total bescheuert hier jetzt aufzuhören. Wo ich schon drei Viertel der Strecke kenne. Und dann muss ich mir das das nächste Mal wieder anbauen. Also das lernen. Das wäre total doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. So doof. Ich bin so doof. So, jetzt hab ich abgewartet. Nein! Waaah! What the fuck? Das war gut. Eierkiste auch gekriegt. Cool, haus. Was können die Deppen hier? Bäh! Genau. Oh. Zeit hält aber nicht direkt hier an, ne? 43,30. Bitte, belohne mich. Yes! Hi Dennis! Hat man den gehört? Achso! Hat man den gehört, sagt sie. Da ist er ja. So. Okay, das eine machen wir jetzt noch. Hier das Totally Fly oder wie der Team ist. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das beide Totally ist. Nach über 20 Jahren. Ah, okay. Auch nicht schlecht. So. Dann wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Ob das wirklich so einfach ist, wie alle sagen. Das ist schon gut verzögert. Ja. Ich merke das ja selber mit dem Chat. Und die Leute werden das ja auch mitkriegen. Weil sie sehen, nach wie vielen Stunden die Dingsbums, der die Schrift ankommt. So war gut. Ich wusste grad nicht, wo es lang geht. Ah! 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 Nicht, was lassen wir diesen Deck rausziehen können. Ich denk jetzt, wie gut das war. Ich bin schon sehr oft stehen geblieben und habe irgendwelche Sachen gemacht. Yay. Gold. Aua. Gold. Aber 15 Sekunden sind es schon. Aua, fast schon. Ah, gut. Schön. Dann hätten wir den geheimen Warptoon komplett fertig und den ersten Warptoon. Ja, ich speicher mal ab. Renation müsste es eigentlich sein, ne? Ne. Ich möchte gerne speichern. Ja. So. Wir haben zwar einen automatischen Speicherstand, aber der alten Zeiten halber und so. Gut, dann hoffe ich, dass euch das Live-Let's Play heute gefallen hat bis hierhin und hoffentlich sehen wir uns dann bei den nächsten Zeitrelikten wieder. Es wird lustig. Tschüss. Tschüss.